So Freunde, für mich geht es jetzt zur ersten PHP-Behandlung. Schauen wir mal wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, ich sitze schon wieder im Auto. Also PHP-Behandlung war super easy. Es zwickt manchmal ein bisschen, aber es ist echt nicht schlimm. Kann man easy aushalten. Die Ärztin kannte mich auch noch, weil ich ja vor vier Jahren schon mal die Transplantation gemacht habe und dann zur PHP-Behandlung war. Mit der habe ich jetzt noch ganz nett mich unterhalten. Deswegen ging das jetzt schneller als gedacht und ich bin gar nicht so sehr zum Filmen gekommen. Aber ihr werdet sehen. Ich sitze auch jetzt schon wieder im Auto, weil München ist, wie man auf bayerisch so schön sagt, zapfig kalt. Hier könnt ihr sehen, wie schön der Schnee liegt in München. Hier hat es minus 10 Grad, glaube ich ungefähr. Also deswegen hocke ich im Auto, was sogar noch relativ warm war, weil die PHP-Behandlung jetzt vielleicht insgesamt 20 Minuten gedauert hat. Also Freunde, wir sehen uns. Viel Spaß. Wir sehen uns.